Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Rohstoff-TV für Sie auf der Edelmetallmesse 2019 hier in München. Und mein nächster Interviewpartner hier ist Haye Daun, der CEO von Osino Resources. Und Sie merken schon, ich fange auf Deutsch an, die Moderation. Das heißt, er spricht Deutsch, ist aber kein Deutscher in dem Sinne, sondern er ist Namibianer. Haye, guten Morgen und freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns mal geschwind aufklären, wie das da dazu jetzt kommt mit dem Deutsch. Ja, vielen Dank, dass du mir die nette Brücke gebaut hast. Ich bin Deutsch, deutsch sprecherender Namibianer. Meine Eltern sind Deutsche, die sind ausgewandert in den 60er Jahren, sind Rinderfarmer geworden. Und ich bin dann durch Zufall oder wie auch immer in einem Goldgeschäft geendet. Also ja, ich bin Namibianer, ich lebe auch da und tiefe Wurzeln. Super, perfekt. Das heißt, du bist im Land einfach voll drin. Nennen wir es einfach mal so. Weil es ist immer im afrikanischen Kontinent extrem wichtig, Land und Leute zu verstehen. Und auch zu wissen, warum man was tut und wie man was tut. Klären Sie mal auf, kleiner Überblick, was macht die Firma in Namibia? Okay, ja, das ist ein bisschen eine Vorgeschichte, die muss ich ganz schnell erzählen. Wie gesagt, Bergbauingenieur. Ich habe irgendwie 20 Jahre in der Industrie gearbeitet für Engler, habe Goldminen gebaut und gefunden und so weiter. Und dann habe ich 2012 einen guten Erfolg gehabt, habe ein Goldprojekt in Namibia entwickelt und dann für 200 Millionen Dollar an B2Gold verkauft. Das ist eine große kanadische Gruppe, die produzieren. Und Osino, du fragst mich nach Osino, Osino ist der Versuch, das jetzt nochmal zu machen. Also Osino ist natürlich eine Explorationsfirma. Wir sind nur in Namibia. Wir haben ein großes Paket an Konzessionen, haben ein paar sehr gute Aktionäre und haben also Kapital. Wir haben vorher schon mal Erfolg gehabt. Wir wissen also, was wir tun. Und wir versuchen jetzt, die Vision ist, in Namibia nochmal ein Goldprojekt zu finden und zu erschließen. Es gibt bisher zwei und wir wollen das nächste finden. Aber ihr habt ja schon ein Projekt an der Hand, weil wenn du sagst, zu finden und zu erschließen, ihr habt ja schon Projekte an sich. Ihr habt auch schon angefangen, dort zu arbeiten. Kannst du mal sagen, was ihr so 2019 so alles da unten gemacht habt? Okay, alles klar. Wir haben ein Projekt, das stimmt. Aber was ist ein Projekt? Im Mining gibt es natürlich diese Wertschöpfungskurve. Und wir sind, wie auch alle anderen Junior Miners, wir reiten diese Wertschöpfungskurve. Das heißt, unser Projekt ist bisher eine Goldablagerung, die wir gefunden haben. Wir haben die erste Phase an Bohrungen gemacht. Die Resultate kamen jetzt vor ein paar Wochen raus. Das waren sehr gute Resultate. Und der Plan ist jetzt natürlich, die geologische Sicherheit zu erhöhen. Das heißt, man muss... Mehr bohren. Mehr bohren. Bohren, bohren, bohren. Genau. Und das endet letztendlich dann natürlich hoffentlich mit Wirtschaftlichkeitsstudien und so weiter und so fort. Kannst du einen kurzen Einblick geben, was für Grade habt ihr gefunden? Wie tief habt ihr gebohrt? Wäre die zukünftige Entwicklung? Forward-looking-Statement. Ich weiß, Regulatoren. Aber reden wir von einer Tagebaumine, von einem Untertagebau, der vielleicht irgendwann möglich wäre. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Das Projekt ein bisschen umreißen, bitte. Ja, ja, kein Problem. Vielen Dank. Gute Frage. Unsere Grades oder Goldgehalt, der liegt momentan bei ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Tonne. Die Art der Goldablagerungen, die in Namibia existieren, sind sogenannte Hydrothermal Deposits. Das heißt, die sind generell high tonnage, also große tonnage, niedrigerer Gehalt, aber sehr continuous auf Englisch. Also das ist sehr gleichbleibend sozusagen, der Goldgehalt. Das heißt, die eignen sich sehr gut zur Projektentwicklung. Im Gegensatz zum Beispiel zu vielen anderen Goldprojekten, wo es eher um Goldadern geht. Das ist natürlich sehr viel schwieriger. Wir sind nicht so charakterisiert. Das heißt, ja, generell niedrigere Goldgehalte, aber sehr continuous. Und wir haben zwei gute Beispiele in Namibia. Wie gesagt, die anderen zwei sehr erfolgreichen Goldminen in Namibia, die liegen auf demselben Goldbelt. Und wir wollen ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe. Ihr wollt es genauso durchziehen quasi. Wir wollen es genauso durchziehen. Das heißt, mehr Bohrungen. Wir wollen, ich denke mal, wir müssen ein Projekt darstellen, was jetzt ein bis zwei Millionen Unzen hat oder mehr, mit Potenzial für mehr. Weil in dem Moment, wo du dort bist, wirst du das Interesse der Producers, der größeren Firmen erwecken. Denn letztendlich, warum tun wir das? Wir wollen Shareholder Value kreieren. Letztendlich sind wir interessiert daran, diese Firma wachsen zu lassen und dann auch zu verkaufen. Wir sind also nicht unbedingt die Entwickler. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sehr gut. Das heißt, ihr habt also nicht den Anspruch zu sagen, wir explorieren jetzt, wir entwickeln und dann produzieren wir es auch noch gleich. Weil leider Gottes geht das sehr oft schief. Weil ich sage immer, wer ein hervorragender Explorateur ist, der Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, und das gefällt mir schon mal außerordentlich gut. 2020, was steht an? Was sind so die dringendsten Aufgaben? Was möchtest du unbedingt erreichen mit der Firma? Also 2020 auf jeden Fall natürlich durch die Bohrung. Wir haben eben gesagt, bohren, bohren, bohren. Was erreichen wir mit bohren, bohren, bohren? Erstmal die Kontinuität. Wir haben momentan über 800 Meter Streichlänge gebohrt. Das ist noch nicht so viel. Das Potenzial ist sehr viel länger. Unser Goldsystem ist 15 Kilometer lang. Wir wollen also in den nächsten Monaten besser verstehen, was das Potenzial ist. Und das machen wir in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres. Und dann gegen Mitte nächsten Jahres, wie gesagt, Infill Drilling, Strike Exend Drilling. Einfach die geologische Kontinuität verbessern. Mit der Qualität, super. Kostet alles Geld. Was ist in der Kasse? Ja, wir haben jetzt so 2 Millionen, 200 Millionen Dollar. Wir geben natürlich relativ viel aus. Wir haben jetzt momentan vier Kernbohrmaschinen, die aktiv sind. Das heißt, Geld geht in den Boden und nicht in die Gehälter. Ja, in die Gehälter auch ein bisschen, aber nicht zu viel. Das gehört auch dazu. Aber wir haben ja schon Exzesse gesehen, die genau andersrum waren. Ja, da sind wir sehr sauber. Also ich muss sagen, wir zahlen moderate Gehälter. Wir sind aligned mit Shelters. Also meine Familie selber haben einen maßgeblichen Anteil an der Firma. Wir haben, ich kann das sagen, wir haben ungefähr anderthalb Millionen Dollar von den 15, die wir bisher eingebracht haben. Aktien Kapital, 10 Prozent davon kommt von mir. Also 10 Prozent habt ihr. Von meiner Familie selber. Und wirklich echt einbezahlt. Richtig, Geld. Genau, also nicht geschenkt bekommen. Nee, nee, Checks geschrieben. Checks geschrieben. Und ja, du fragst jetzt nach Geld. Wir haben, wie gesagt, zwei, zweieinhalb Millionen Dollar. Das heißt, in den nächsten Monaten werden wir ein Financing machen. Unser Programm für nächstes Jahr, das wird so 5 bis 7 Millionen Dollar sein. Das ist das BOR-Programm. Super. Das müssen wir natürlich irgendwann finanzieren. Finde ich toll. Gute 10 Prozent schon mal bei euch in der Familie. Ich denke, der Rest vom Management wird wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Prozentpunkt haben. Wichtig, Skim in the Game, wie es so schön heißt. Das ist für uns auch immer ganz, ganz wichtig, weil ihr sitzt im gleichen Boot wie die Aktionäre. Jetzt habt ihr aber noch einen ganz prominenten Aktionär dabei. Das ist der Ross Beatty, den ich auch sehr gut kenne und sehr, sehr schätze vor allen Dingen. Wer ist sonst noch als Aktionär dabei? Ist es nur breiter Streubesitz oder habt ihr noch die eine oder andere Institution schon dabei, die vielleicht sagt dann, oh, das gefällt uns so, ich sage jetzt mal Allah Sprott oder andere Anleger, die schon auch in einem Frühstadium sich gerne engagieren? Ja, also da bin ich natürlich sehr stolz zu sagen, dass wir wirklich eine Mercedes-Benz-Liste von Anlegern haben. Natürlich Ross Beatty, da muss ich ganz kurz sagen, Ross kam rein, weil er 1974 oder irgendwann in den 70ern in Namibia mal ein Praktikum gemacht hat und der Marc mich kennengelernt hat durch den vorigen Deal und so weiter. Also Ross Beatty ist wirklich ein sehr wichtiger Anteil, denn durch ihn sind viele andere gute Investoren gekommen. Also Ross hat so 18 Prozent, Management und der Kreis um mich auch so um die 18 Prozent. Dann haben wir Resource Capital Funds, das ist ein sehr bekannter Mining Investor aus Denver. Dann haben wir Trimark, verschiedene große Family Offices, auch einige aus der Schweiz und Deutschland. Also es spricht für euch. Ja, ich würde mal sagen, so 60, 70 Prozent der Firma ist in recht festen Händen. Super. Das heißt aber für mich umgedreht, deswegen habe ich auch so gefragt, Finanzierung ist jetzt nicht das große Problem mit solchen tiefen Taschen. Ja, die Realität ist, für alle Juniors ist Finanzierung immer ein Problem, auch wenn man Ross Beatty hat. Also wir sind natürlich sehr stolz auf unsere Anleger, aber die Realität ist, dass die Anleger, die machen mit. Die geben dir aber nicht den Lead-Oder. Man braucht für die nächste Finanzierung immer den neuen Lead-Oder. Ja. Und das heißt, ich würde mal sagen, ich spreche hier für die Industrie generell, es ist hart, es ist momentan nicht einfach. Wir sind, uns geht es besser als vielen, aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Und das Financing-Umfeld momentan ist immer noch schwierig. Das ist brutal, oder? Ja, also ich war jetzt ja gerade auf der Bühne oben, habe auch gesagt, wir leiden eigentlich unter der Finanzkrise jetzt erst, weil die Exploration ist ja wirklich ausgetrocknet eigentlich, ne? Und du bestätigst es jetzt gerade wirklich perfekt. Ja, alle haben gedacht, wenn Gold bei 1500 ist, dass dann die Probleme der Welt alle gelöst sind und es hat sich eigentlich nichts verändert. Das ist immer noch, Finanzierung ist sehr, sehr schwierig. Ja, okay. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ihr das hinkriegt. Ja, wir sind da schon. Das Netzwerk ist da, würde ich behaupten. Das Netzwerk ist da, danke schön. Auch mit der Hilfe von Leuten wie dir, muss ich auch sagen. Ja, vielen Dank. Die Möglichkeit, die wir hier haben, das hier zu machen. Ja, ich meine, also Qualität habe ich immer sehr gerne im Interview, ehrlich gesagt. Super. Danke. Haie, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen alles Gute für nächstes Jahr. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir uns bald wiedersehen. Spätestens PDAC, da mache ich dann ein Update gerne mit dir machen. Und dann machen wir es dann halt auf Englisch auch mal zwischendurch, weil das geht ja auch logischerweise. Und wir wünschen alles Gute natürlich. Lasst die Bohrer drehen und findet einfach noch viel, viel mehr, weil die Welt braucht es. Genau. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war Hayedan, der CEO von Osino Resources. Sie haben es gehört, das Who is Who, also der Mercedes, wie er es gerade so schön genannt hat, der Aktionärsliste, 60, 70 Prozent sind in festen Händen. Management und Familie über 18 Prozent. Das sind genau die Eckdaten, die uns wahnsinnig gut gefallen. Rund 2, 2,5 Millionen Dollar sind momentan noch in der Kasse. Reicht natürlich jetzt nicht ganz aus für nächstes Jahr. Sie werden was finanzieren müssen. Aber wie gesagt, ich bin trotz allem guter Dinge, auch wenn die Märkte nicht einfach sind, dass das recht gut gelingen wird. Namibia ist ein tolles Land für Bergbau, definitiv. Und wenn man so wie der Haie hier drin verwurzelt ist, glaube ich auch, dass die Beziehungen zu Kommunen, zu Mitarbeitern und auch das Land selber, das Verständnis im Land ist natürlich voll gegeben, weil das ist die Basis, um langfristig dort Erfolg zu haben. Schauen Sie sich die Firma an. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss aus München.